I want it all, 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 I want it all. Öl TV I want it, I want it all, I want it all. Herzlich willkommen zu unserer Top Ten Show. Wir zeigen Ihnen heute wieder unsere 10 besten Produkte. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit unserem Platz Nummer 10. Und los geht's. I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. Ja, als erstes haben wir eine Neuheit bei uns hier, absolut fantastisch. Und das hat es schon auf Platz 10 geschafft. Es ist das Titelprodukt unseres aktuellen Kataloges. Ich zeige dir den mal, Ralf, hier. Sie haben den Katalog wahrscheinlich auch bekommen und sich gefragt, was zur Hölle ist das, wie funktioniert das. Es sieht absolut cool aus, das will ich auch haben. Es geht um einen Fitnessring. Das ist das gute Stück, Sie sehen es ja auf dem Katalog. Wir haben ihn natürlich auch hier im Studio seit gestern oder vorgestern war es, glaube ich. Und der ist einfach fantastisch. Und jetzt schon Platz Nummer 10. Und jetzt schon Platz Nummer 10, ganz genau. Wir haben die Top Ten Bestseller. Also was am besten verkauft hat auf all unseren Kanälen. Das ist das gute Stück, das ist unser Fitnessring. Der kann jetzt ganz einfach, wenn der getragen wird, kann der alle möglichen Werte Ihnen anzeigen. Ich sage Ihnen mal genau, was er da hat. Die biometrischen Werte kann er anzeigen. Und zwar Herzfrequenz, Blut, Sauerstoff, Temperatur, Schritte, Kalorienverbrauch, Distanz, Schlaf und sogar Stresslevel. Der Vorteil hier ist, dass es sehr, sehr unauffällig ist natürlich. Sie haben keine Ablenkung. So eine Uhr, wenn Sie eine Fitnessuhr haben oder eine App, da müssen Sie immer Ihr Handy aufmachen, die Uhr nervt die ganze Zeit. Sie schauen nach, wann Sie wollen. Und zwar mit der dazugehörigen App. In meinem Bekanntenkreis habe ich viele, die haben irgendein Erbstück oder eine Lieblingsuhr. Die tragen keine zweite. Und dann kommt auch keine Fitnessuhr in Frage. Also ich bin auch so einer, ich habe ja auch so einen Uhrenfetisch, aber so einen Ring, der stört ja überhaupt nicht. Nein, vor allem, du sagst da was ganz Richtiges. Man hat natürlich Uhren schon. Und Uhren, da hat man viel Geld für hingelegt. Die sind sehr schön, die will man natürlich auch zeigen. Und wenn man dann eine Fitnessuhr trägt, dann muss man die Uhr, die schöne Uhr, die teure Uhr, kann man dann nicht tragen. Oder man hat Uhren an rechtem und linken Arm. Das sieht auch dämlich aus. Hier kann man weiter seine Uhr tragen. Es ist wirklich sehr, sehr langlebig, auch weil es robust ist. Da ist kein Display dran und gar nichts. Moni hat die gerade mal um hier. Und das ist so ein Wunderwerk der Wearable-Technologie, kann man sagen. Wearable sind diese technischen Geräte, die man am Körper trägt. Und das ist hier unglaublich einfach, weil wir wirklich nur den Ring umlegen müssen. Und dann können wir hier mit der zugehörigen App, können wir alles Mögliche eben, was ich Ihnen vorgelesen habe, ablesen. Und das eben auch auf Dauer. Es ist ja auch so, dass diese Fitnessuhren zum Beispiel sehr viele Funktionen gehen, nur wenn ich dann irgendeinen Knopf drücke. Blutdruck, Herzfrequenz und sowas alles. Dieser Ring misst selbstständig die ganze Zeit durch. Er misst die Temperatur die ganze Zeit durch, nimmt Ihren Blutsauerstoffwert alle zwei Stunden. Und tatsächlich dann eben auch die Herzfrequenz können Sie einstellen, ob 10, 20, 30 Minuten. Also ein Wunderwerk der Technik, was in so einen kleinen Ring alles reinpasst. Ja, wirklich unglaublich. Ich finde, das ist echt hochmodern und ich würde mal sagen, neueste Technologie. Ich liebe diesen Ring ja auch total, weil ich finde das einfach superklasse, dass man einfach mal alles im Ring hat. Das heißt, es stört gar nicht. Den kann man den ganzen Tag übertragen, auch beim Schlafen. Und man kann weiterhin seine Schmuckuhr tragen. Ja, also der Ring ist wirklich hochmodern. Hochmodern und vor allem die Technik, die da drin ist. Der zeigt Ihnen jetzt die ganze Zeit diese Werte an hier mit der tollen App. Er speichert sogar die Werte. Sie müssen also nicht mal einmal am Tag da rangehen und wieder, dass es in Verbindung kommt mit Bluetooth, dass die Werte hier übertragen werden. Der hält die Daten drin für sechs Tage. Das heißt, einmal die Woche halten Sie einfach Ihr Handy dagegen. Das ist ja auch so eine Sache, dass man sein Handy dabei haben muss für diese Fitnesssachen. Hier eben nicht. Der Akku übrigens, der hier auch noch drin ist. Man fragt sich, wo passt das alles hin? Der Akku da drin, der hält tatsächlich bis zu 25 Tage. Dann müssen Sie ihn aufladen. Ist auch sehr, sehr elegant gemacht. Da ist natürlich kein kleiner Brückelstecker, den wir da reinstecken müssen. Wir haben hier eine ganz moderne Ladestation, in der wir ganz einfach hier den Ring reinlegen. Also ich bin absolut begeistert, wie viel Technik hier in so einem kleinen Ring drin sein kann. Achten Sie bitte drauf, es gibt vier verschiedene Ringgrößen. Größe 8, 10, 11, 12. Wir werden Ihnen nachher nochmal die Einblendung machen, auch mit der Millimeterzahl. Bei den Damen ist es meistens so, die kennen ihre Ringgröße. Die Herren fragen einfach mal die Frau des Hauses, was habe ich denn für eine Ringgröße. Was ich schön finde, diese wunderbare Keramikbeschichtung. Das Ganze ist auch noch wasserdicht. Ich kann sogar bis 50 Meter tief tauchen und mir geht es wie dir, Ingo. Ich bin komplett geflasht, dass so viel Technik in einen einzelnen Fingerring reinpasst, ist für mich unbegreiflich. Sie kennen vielleicht ähnliche Modelle, haben es schon irgendwo gesehen. Preis oftmals 350 Euro und mehr. Und noch was ganz Wichtiges, da ist die App oftmals abrufpflichtig. Müssen wir bei uns ausdrücklich sagen, die App ist und bleibt kostenlos keine Zusatzkosten. Ja, Sie haben keine monatlichen Gebühren. Sie können wirklich ständig hier ihre Vitalwerte im Blick behalten. Dafür ist das klasse und ist wirklich die neueste und beste Technologie, die ich in dem Bereich je gesehen habe. Die Ringgröße, ganz, ganz großes Thema natürlich. Natürlich am einfachsten, man geht zum Optiker oder Juwelier und lässt das nachmessen. Wenn Sie die verschenken wollen, Weihnachten steht ja vor der Tür und das ist so ein Geschenk. Da ist man einfach geflasht, dass es sowas überhaupt gibt. Nehmen Sie sich einfach den Ring Ihres Partners, gehen damit zum Juwelier, lassen das durchmessen oder Sie messen es selber. Es gibt ganz viele Hilfen im Internet, wie man das machen kann. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Aber ist natürlich ein super Geschenk. Wie gesagt, wir haben vier verschiedene Größen mit vier verschiedenen Bestellnummern. Bestellnummern und die sehen wir hier. Ja, da haben wir sie eingeblendet. Zwischen ZX5493, das wäre für Größe 8, bis ZX5495, das wäre Größe 12. Jeweils mit den Millimeterangaben bitte nach Ihrer Ringgröße die Bestellnummer eben heraus suchen. Der Preis in allen Größen exakt der gleiche. Gerade mal 123 Euro. Und das für ein so innovatives neues Produkt, unser Platz Nummer 10 der Bestseller. Und Sie werden sehen, in dieser Top 10 sind auch einige Preis-Joker. Und so geht es auch hier weiter. Hier ist ihr, hier ist unser Platz Nummer 9. Das ist für mich auch der absolute Wahnsinn. Es ist eine sehr innovative, moderne Schallzahnbürste, die ich in einem solchen Preis-Leistungs-Verhältnis noch nie gesehen habe. Ja, Schallzahnbürsten, ich gebe die mal dir zu Tracy. Tracy, hast du eine Schallzahnbürste oder machst du noch selber die Zähne? Also zum Reisen nehme ich immer die mit. Da nehme ich immer so eine mit, weil ich finde das einfach immer super praktisch. Und vor allem die, die wir hier haben, die ist natürlich auch super schön, gerade in schwarz. Hält sich sehr gut in der Hand und ich finde das auch einfach hygienischer, ehrlich gesagt. Es ist hygienischer und da kommen wir eben zu dem Vorteil von Schallzahnbürsten. Diese Schallzahnbürste hier reinigt ihre Zähne mit Ultraschal und zwar tatsächlich mit bis zu 40.000 Schwingungen pro Minute. Und das kriegt man mit der Hand nicht hin, das kriegen die seltensten Zahnbürsten hin. Aber dadurch, dass wir hier diesen Ultraschall haben, werden Beläge, Plack, wird alles ganz sanft gereinigt. Sie müssen also nicht stundenlang da rumrubbeln. Das ist einfach durch den Ultraschall, wird das ganz automatisch gelöst. Es ist also sehr, sehr schonend für die Zähne und das Zahnfleisch. Mein Zahnarzt hat mir vor elf Jahren, vor zwölf Jahren zu so einer Schallzahnbürste geraten und es ist wirklich super angenehm. Man hat, wie gesagt, keine Probleme mehr mit dem Zahnfleisch. Es wird deutlich sauberer, als wenn ich mit jeder anderen Zahnbürste bürsten würde. Das sogar, wenn man mit der Zunge so rüber geht, fühlt man das, dass das alles glatter ist und viel, viel sauberer als mit jeder anderen Art von Zahnbürsten. Diese Schallzahnbürsten kosten gerne mal mit Ladestation und allem Pipapo so 60 bis 120, 130 Euro, je nachdem, welche Ausstattung Sie wählen. Bei uns haben wir diese Schallzahnbürste hier wirklich zum absoluten Hammerpreis. Akku betrieben, eine Ladestation kriegen Sie auch noch dazu. Die hält dann auch hier bis zu 60 Tage der Akku. Sie haben einen Timer drin, der Sie alle 30 Sekunden daran erinnert, den Quadranten, so nennt der Zahnarzt das, zu wechseln. Also oben links, oben rechts, unten links und so weiter, dass Sie das also auch wirklich richtig machen. Sie müssen das wirklich nur über die Zähne führen. Wenn Sie es schon jemals ausprobieren wollten, ich kann Ihnen das wirklich nur raten und das ist ein ganz fantastischer Preis, den wir hier haben. Ja, und der Preis liegt hier bei 14,99 Euro. Das ist wirklich fantastisch für eine USB-Akku-Schallzahnbürste und Sie bekommen hier natürlich auch Aufsätze mit dazu. Aber vielleicht reicht Ihnen das noch nicht und da haben wir jetzt gleich hier im Anschluss für Sie noch ein Zehner-Set Aufsteckbürstchen, weil das ist auch einfach hygienisch. Ich glaube, man sollte das einmal im Monat dann tatsächlich wechseln, also alle vier bis acht Wochen. Macht man ja auch sonst bei einer Zahnbürste. Deshalb am besten dieses Set am besten auch gleich direkt mitbestellen für knapp 10 Euro. Hier 9,49 Euro ist das ja wunderbar. Ja, nicht nur die Schallzahnbürsten sind normalerweise sehr, sehr teuer, auch die Aufsteckbürsten. Ich habe eine, ich sage jetzt die Marke nicht, da kosten immer drei Bürsten, kosten immer 15 bis 20 Euro. Dafür kriegen Sie die Bürste hier und für nur hier unter 10 Euro kriegen Sie 10 dieser Bürstenaufsätze. Können Sie jederzeit nachbestellen, muss ab und zu mal gewechselt werden natürlich. Hier am besten gleich mitbestellen. Das Zehner-Set dazu. Ja, das ist unser Platz Nummer 9. Ich nenne Ihnen einmal die Bestellnummer für die Akku-Schallzahnbürste. Das ist die ZX 8460 und die 569. Und für das Zehner-Set hier Aufsteckbürstchen am besten direkt mit dazu bestellen. Die ZX 8460 und die 569. Auch die Farbe finde ich wirklich praktisch. Ich finde auch gut, dass die, wie gesagt, akkubetrieben ist, dass man da nicht irgendwie noch so eine riesen Ladestation immer mitnehmen muss, was man vielleicht sonst von diesen Akku-Schallzahnbürsten kennt. Also das ist wirklich schon mal richtig klasse hier, deshalb auch auf Platz Nummer 9. Aber wir machen natürlich direkt weiter mit dem nächsten Platz. Hier ist Ihr Platz Nummer 8. Ja, vielleicht brauchen Sie auch so ein bisschen Unterstützung beim Haushalt. Ich glaube, da ist Nummer 8 wirklich was für Sie. Ja, es geht um einen Saugwischroboter. Saugwischroboter, Ralf, das weiß ja auch, haben sich so etabliert in deutschen Haushalten. Und wir haben jetzt das Titelprodukt vom letzten Katalog hier für Sie natürlich auch wieder zum TV-Sonderpreis, wo Sie nochmal Geld sparen. Ein Saugwischroboter, mal für die Leute, die das nicht wissen oder nicht kennen oder nicht genug wissen davon, ist ein Gerät, was sich automatisch lädt und dann durch Ihre Wohnung fährt und sowohl saugt, Teppich saugt, als auch den Boden wischt. Das ist unser Spitzenmodell. Der kann so viele Sachen. Normalerweise bei einem Saugwischroboter muss man sehen, muss man den programmieren. Hier ist, Achtung, hier ist Teppich, hier ist Boden, hier ist fleckig. Also vielleicht habe ich einen gröberen Boden, da kannst du ein bisschen fester wischen. Das erkennt der alles selber. Normale Saugwischroboter haben Schwierigkeiten mit Türschwellen. Dieser hier schafft, und das ist sehr enorm, Türschwellen oder Hindernisse bis zu 2 cm. Das ist wirklich sehr enorm. Der hat einen Wassertank natürlich drin, mit dem er dann auch wischen kann. Sie sehen das hier. Er saugt übrigens mit 5000 Pascal. Das ist eine sehr, sehr starke Saugkraft. Sie sehen das hier. An der Seite hat er diese kleinen Bürstchen, die sich so drehen. Damit kommt er eben dann auch tatsächlich in die Ecken. Die Bürsten selber gehen sogar durch hochflorigen Teppich. Und was hier besonders ist, Sie haben das hier gerade gesehen, der saugt sich voll und dann staucht er das so zusammen. Dass also wirklich auch viel, viel reinpasst und man nicht alle 2 Tage den wieder ausleeren muss. Jetzt kommen wir eben zum Wischen. Die Wischgeschwindigkeit ist hier tatsächlich 3000 Schwingungen. Der zittert so, kann man fast sagen. 1300 Schwingungen pro Minute. Es ist unglaublich, wie gründlich und sauber der wird. Hier diese Spraying-Nudels, das sind die Sprühdüsen. Die sind eben dann auch so dafür, dass er genau erkennt, wenn er auf dem Teppich ist oder nicht, ob er wischen soll, ob er nicht wischen soll. Für die unterschiedlichen Hartböden eben genau die richtige Menge an Wasser. Was wir hier auch drin haben, und das ist das Fantastische, eine Ladestation. Eine Ladestation haben die alle. Die finden auch immer wieder zurück zu ihrer Ladestation. Aber das ist eine hochentwickelte Ladestation. Sie sehen das. Die Wischpads werden hier drin gereinigt. Normalerweise muss man die nach dem Wischen abmachen und waschen. Hier werden die selbstständig gereinigt. Die Ladestation hat einen Wassertank. Das heißt, ich muss hier nicht mal Wischwasser nachfüllen. Der füllt sich automatisch, wenn er in diese Station wieder reinfährt. Er reinigt das Wischtuch, wie gesagt, und ist im Prinzip sehr, sehr pflegeleicht. Man muss also nicht, wie bei normalen Saugwischrobotern, immer wieder nach jeder Benutzung den sauber machen, Wasser nachfüllen. Das macht er alles von selber. Er ist intelligent. Das heißt, er weiß schon, wo er war und fährt nicht einfach planlos durch ihre Wohnung. Sie können sogar hier mit der App, die dazugehört, den so programmieren, dass er bestimmte Bereiche auslässt. Es ist der modernste. Darf ich mal einen Satz vorlesen, weil der mich so beeindruckt hat und der auch zu 100% stimmt. Dieser Wisch- und Saugroboter mit der Station. Und Achtung, jetzt lese ich es vor und hören Sie genau zu. Der Roboter arbeitet bis zu 30 Tage autonom, ohne ihre Aufmerksamkeit zu benötigen. 30 Tage wird Ihr Boden geschrubbt, Ihr Teppich gesaugt. Sie müssen nichts tun und einmal im Monat den Wassertank an der Station nachfüllen und den Staubbeutel. Einfacher geht es doch gar nicht. Also für uns Männer wird da ein Traum wahr, oder? Aber auch für uns Frauen natürlich, dass der Haushalt plötzlich so einfach funktionieren kann, mit nur einem einzigen Knopfdruck sozusagen. Das ist natürlich unglaublich vorteilhaft. Und die ganze Energie und die Zeit, die man sich damit spart, ist unglaublich. Ich finde, das lohnt sich so richtig. Man lässt einfach mal den Profi die Hausarbeit für sich übernehmen. Ja, es ist ein Saugwischroboter, der Ihnen die Arbeit abnimmt. Sie müssen sich bei dem wirklich, und Ralf, du hast es gesagt, danke, dass du das Hauptargument natürlich nochmal gesagt hast. 30 Tage brauchen Sie sich um gar nichts zu kümmern. Und Ihre Wohnung ist immer blitzeblank. Blitzeblank, Teppich, Boden, alles. In der Kessel noch früher haben wir immer gesagt, hoffentlich kommen heute Nacht die Heinzelmännchen und machen unsere Wohnung sauber. Das ist Ihr Heinzelmännchen. Die kamen nie. Wir haben immer drei Gebete. Hoffentlich kommen sie. Da sind die Heinzelmännchen. Modernste Fraktion. Und ich möchte Ihnen auch noch mal einen Vorteil zeigen, den nur immer Sie haben bei den Bestsellern. Schauen Sie mal, hier ist der Katalog. Schauen Sie mal auf den Preis. 799 Euro. Und das ist schon günstig beim Wettbewerb. Aber schauen Sie mal auf unseren TV-Sonderpreis. Der schlägt mal wieder alles. Und machen Sie sich das Leben einfach leichter. Das ist die Revolution, wenn es um Hartböden und um Weichböden geht oder um Teppichböden. Und ich finde, so eine Haushaltshilfe, wir haben genug geschuftet im Leben. Die haben wir uns verdient. Finde ich auch. Und das bekommen Sie heute zu unserem TV-Sonderpreis von der 759,99. wird Ihre Hausarbeit hiermit mit unserem Wisch- und Saugroboter enorm erleichtert. Und die Artikelnummer hierfür ist die ZX 7437 und die 569. Hier sehen wir das Ganze auch noch mal. Also wirklich unglaublich praktisch. Enorm viele Vorteile. Man spart sich so viel Zeit damit. Und damit kann die Hausarbeit auch wirklich sehr viel Spaß machen. Und das war unser Platz Nummer 8. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Platz Nummer 7. Und damit man die Zeit natürlich immer perfekt im Blick hat, haben wir heute auch etwas total Cooles für Sie. In zwei verschiedenen Farben haben wir heute eine goldene und eine silberne Seniorenuhr für Sie. Ja, sie heißt Seniorenuhr. Aber das ist deutlich untertrieben. Das ist eine Uhr für jedermann. Wir haben die in zwei verschiedenen Farben. Ich habe hier die goldene und Moni hat schon die silberne ausgepackt. Die kommt natürlich in einem edlen Etui. Sieht ultra schick aus. Das ist versilbert. Das heißt, es ist nicht nur silber raufgesprüht, silberne Farbe. Die bleibt silber und genau so funkelt. Schauen Sie mal, wie schön die ist. Auch mit diesem glänzenden Uhrwerk. Das Ziffernblatt ist super gut zu lesen. Ein großes, einfaches Ziffernblatt. Es ist eine sprechende Uhr und das ist die Sensation. Wir haben einerseits eine super schicke Uhr hier, die versilbert ist komplett für 42,74 Euro. Aber die kann auch noch sprechen. Das ist natürlich super, wenn man mal die Uhrzeit vorgelesen bekommen will. Ob man abends im Bett liegt und die Augen nicht aufmachen will. oder ob man vielleicht nicht mehr ganz so gut ist mit den Augen. Moni, willst du mal drücken und vorlesen lassen? Ja, mache. Die Zeit ist heute 60. Ist das nicht irre? Heute ist heute der 4. November, Jahr 2023. Er sagt Ihnen die Uhrzeit und das Datum. Ganz klar und deutlich verständlich. Deswegen heißt es Seniorenuhr, weil die eben natürlich super einfach abzulesen bzw. zu verstehen ist. Gerade wenn man eine Sehschwäche hat oder gar fast erblindet ist, grauer starr und was weiß ich, was da alles gibt, ist das eine enorme Leichterung. Man braucht ja trotzdem Orientierung, was die Zeit angeht. Ganz genau. Auch das Armband, das ist richtig durchdacht. Da haben Sie nicht diesen Dornenverschluss, wo man noch lange rumprökeln muss. Vielleicht hat man auch nicht mehr so ganz das Gefühl in den Fingern oder kann die nicht mehr so gut bewegen. Hier, die kann man wirklich ganz, ganz einfach ums Armgelenk machen. Das ist dehnbar und passt dementsprechend auch allen Handgelenken. Das ist ein Unisex-Modul. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt eine Damenuhr oder eine Herrenuhr. Und wie gesagt, die kann man zu allen Gelegenheiten tragen. Aber schauen Sie sich mal an, wie schön die glänzt und funkelt. Das Glas ist natürlich kratzfest. Das heißt, es sieht immer super aus. Die sieht immer nagelneu aus. Und hier eben mit diesem versilberten Körper und dem Armband ist das eine ganz fantastische Sache. Ein Wecker ist auch noch drin. Da können Sie sogar sich noch wecken lassen von Ihrer Uhr. Aber nochmal, es ist eine versilberte Uhr zu diesem Preis, die Ihnen auch noch die Uhrzeit vorliest und kinderleicht an- und abzubringen. Und super elegant aussieht. Bei dir am Pullover, das sieht ja super aus. Ja, und jetzt haben wir die vergoldete. Also technisch identisch. Was ich liebe ist, man kann sich auf die Uhrzeit verlassen. Es ist eine Funkuhr. Das heißt, man muss die Uhr nicht stellen, man muss nicht kontrollieren, geht sie vor, geht sie nach. Nein, Funkuhren, die gehen immer richtig. Ja, und wenn Sie die verschenken wollen, es ist ja nicht so, dass man heutzutage nur noch ein oder zwei Uhren hat. Moni, wie viele Uhren hast du? Sechs Stück. Sechs Stück. Das wäre doch eine tolle Addition zu deiner Sammlung, weil die wirklich so super elegant aussieht. Schauen Sie mal, ich habe sie jetzt als Mann hier oben. Ich trage blau und weiß, das sieht doch fantastisch aus hier. Das sieht so schön aus und vor allem auch super elegant. Ja. Das sieht aus wie so eine ultra schöne, hochmoderne Armbanduhr mit, also unglaublich. Ich finde das sehr, sehr schön. Steht ja. Dankeschön. Ich glaube, man hat diese gleiche Arme. Nein, aber bei dem Preis können Sie wirklich gleich beide kaufen. Die kosten beide um die 50 Euro. Ist eine super, wunderschöne Uhr, eine Funkuhr, du hast es gesagt, Ralf. Die stellt sich immer wieder selber nach. Und wir haben diese tolle Funktion, dass Sie eben die Uhrzeit auch vorlesen können. Ich mache es nochmal hier an meinem Mikrofon, dass Sie es hören. Die Uhrzeit ist 18. Ist fantastisch, oder? Ich sage Ihnen, jetzt sind beide Bestellnummer noch. Die versilberte, die wir als erstes eingeblendet hatten, hat die Bestellnummer, die ZX 7443 und die 569 zum Preis von 42 Euro und ein paar Cent. Und die vergoldete, echt vergoldet, auch nochmal erwähnenswert, hat die Bestellnummer ZX 7444 und die 569. Und hier ist der Preis gerade mal 52 Euro und 24 Cent. Wie viele Uhren hast du, Ralf? Ich weiß nicht, also Armbanduhren so um die zwischen 30 und 40. Ehrlich? Ja, ja, ich habe noch ein paar Taschenuhren. Ich sage ja, ich bin so ein kleiner Uhrenarm. Wichtig ist, gerade wenn Sie das jetzt für Senioren kaufen, diese Alarmfunktion, die kann man auch gut zur Tabletten- oder Trinkerinnerung nutzen. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was bei Senioren ja oftmals notwendig ist, aber vergessen wird. Und Sie sehen, die Nachfrage ist riesengroß. Das war unser Platz Nummer 7. Und beim nächsten Platz bin ich sehr, sehr froh, dass es ein Top-Artikel aus unserer 5-Euro-Show in die Top 10 der Bestseller geschafft hat. Hier ist Ihr Platz Nummer 6. Wir konnten hier nochmal ein begrenztes Kontingent ergattern, aber deshalb ist das hier auch unser Preisalarm. Das heißt maximal eine Lampe pro Besteller, aber für 5 Euro so eine schöne Tischlampe, Ingo, unglaublich, oder? Das ist der Wahnsinn, ja. Es ist ein echtes Highlight hier bei uns aus der 5-Euro-Show. Jedes Mal, wenn wir die drin haben, was nicht so oft ist, wird die unglaublich oft verkauft. Natürlich auch zum regulären Preis, weil die wirklich so wunderschön ist. Sie sehen das hier, es ist eine Tischlampe, die ganz, ganz angenehmes Licht hat. Das ist so ein warmweißes, gemütliches Licht. Tischlampe ist natürlich toll, aber meistens ist ein Kabel dran, hier nicht. Die wird mit Batterien betrieben und weil das LED ist, leuchten die dann eben auch sehr lange. Die Optik ist der Hammer, oder Moni? Ja, die gefällt mir richtig gut mit diesem rosäfarbenen Sockel und ich finde auch, die Form ist einfach mal außergewöhnlich. Auch die Lichtfarbe sehr, sehr gemütlich, aber spendet eben auch genug Licht, dass man alles sieht. Also gerade als Nachtlicht oder im Flur, wenn man nach Hause kommt, perfekt. Und wir haben ja auch noch einen Bewegungssensor mit dabei. Das finde ich noch besser, weil immer, wenn man dann dran vorbeigeht, geht es an. Ja, du kannst sie als Nachtlicht im Prinzip als Bewegungssensor benutzen. Sie sehen diesen kleinen Knubbel da vorne dran. Das ist der Bewegungssensor. Und wenn Sie sich dieser Lampe nähern, dann geht die automatisch an, wenn Sie das so einstellen. Das ist natürlich ideal, um nächtliche Stolperfallen zu vermeiden. Nochmal, die ist kabellos, die baut auch kein Solarpanel. Die ist wirklich universell einsetzbar, ob Sie die auf den Tisch stellen, ins Regal oder nachts so auf dem Flur, kann ich mir das vorstellen. Ja, gerade bei dem Preis. Die hat so einen roségoldenen Fuß und sieht dadurch eben so super schick und elegant aus. Ich bin absolut begeistert, immer wieder, wenn wir diese Lampe haben. Heute bei uns natürlich in der Bestseller-Sendung, weil das immer wieder ein Bestseller bei uns ist. Und Sie sparen hier richtig viel. Deswegen ist es unser Preis-Alarm. Ich muss auch sagen, das ist eines meiner Lieblingsprodukte überhaupt, weil das einfach so schön ist. Gerade in so roségold, natürlich sehr, sehr schön. Und wir schauen gerade mal bei pearl.de rein, was es dort kosten würde. Da liegen wir bei knapp 12 Euro und heute bekommen Sie es für nur 5 Euro. Das ist unser Preis-Alarm. Leuchtet wirklich sehr, sehr schön. Können Sie natürlich jetzt bestellen. Mit der Bestellnummer der NX51, 59 und der 569. Und da haben Sie dann immer genug Licht. Und ich finde den Preis wirklich sagenhaft. 5 Euro, wirklich fantastisch. Aber wir machen natürlich hier in unserer Top-10-Show der Bestseller direkt weiter. Mit dem nächsten Platz. Hier ist Ihr Platz Nummer 5. Ich glaube, Platz Nummer 5 bringt jedes Kinderauge zum Leuchten. Weil ich hätte mich da früher auch richtig drüber gefreut. Ich bin immer wieder sprachlos, wenn wir das zeigen, weil es so toll ist. Ich gehe mal nach vorne, um Ihnen das genau zu zeigen. Es ist ein Kindermotorrad. Mein Gott, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Es ist ein Kinderelektromotorrad, das richtig fährt. Ich mache das mal an und dann hören Sie schon, was das für tolle Geräusche macht hier. So. Ist das nicht der Wahnsinn? Ein richtig heißer Ofen. Und Sie sehen, das ist sehr klein. Ich kann mich leider nicht draufsetzen. Aber wenn Sie kleine Kinder haben, die darauf passen, das ist das Weihnachtsgeschenk überhaupt. Diese, ich weiß, in meiner Kindheit, wir haben alle Kinder, die irgendwie ein Auto oder ein Motorrad oder irgend sowas hatten in der Größe, beneidet. Boah, das ist ja super cool. Man kann sein eigenes Motorrad haben hier. Diese Motorräder und Autos früher waren natürlich unerschwinglich. Bei uns hier unter 100 Euro. Damit sind Sie der beste Papa, die beste Mama, der beste Patenonkel, die besten Großeltern, die man sich überhaupt nur vorstellt. Die beste Tante, beste Onkel. Du bist der beste Opa bei dir, Ralf, ne? Ich muss ja eins sagen. Ich habe das vor zwei Jahren meinem Englisch zu Weihnachten geschenkt. Und ich habe jetzt noch, wie sagt man so schön, Pipi in die Augen, wenn ich nur an die Reaktion denke. Also erstens mal haben die Augen geleuchtet. Und du kennst das, wenn du so einen Volltreffer gelandet hast. Und du merkst das. Wer Kinder und Enkel hat, weiß, was ich meine. Und du stehst dann da und denkst, in dem Moment hast du alles richtig gemacht. Dann weißt du, jetzt hast du einen Volltreffer. Man überlegt ja oft, kann ich was Sinnvolles kaufen? Also für mich, weil du gesagt hast, Opa, Oma, das ist ein Opa, Oma Ding. Eltern sind oftmals ja in der Pflicht, was Vernünftiges oder was pädagogisch Wertvolles zu kaufen. Das müssen wir Opas und Omas nicht. Da dürfen Sie sowas mal hinstellen. Und glauben Sie mir, der Erfolg ist garantiert. Ob Sie Enkelin oder Enkel haben, ist sowas von egal. Mein Tipp zwischen zwei und fünf Jahre alt und dann ist es ein Volltreffer. Das ist richtig gepolstert hier. Da können, wenn Sie klein sind, auch nur sogar zwei drauf gleichzeitig fahren. Hier dieser coole Auspuff, der nach oben gelegt ist. Und wie gesagt, der hat hier noch Knöpfe für verschiedene Geräusche. Wir haben hier das Startgeräusch natürlich. Wir haben aber auch eine Hupe. Da ist wirklich an alles gedacht. Allzu schnell ist es auch nicht. Drei Stundenkilometer kann nichts passieren. Wir haben auch Stützräder dran. Das kann auch gar nicht umkippen. Und es ist einfach der Wahnsinn. Wir haben es gestern zusammen vorgestellt, Tracy, nochmal. Das war der Hammer, oder? Ich finde auch, das ist der absolute Hammer. Vor allem auch gerade in Rot. So ein Kinderelektromotorrad. Ich glaube, damit kann man wirklich jedem Kind ein Strahl ins Gesicht zaubern. Und vor allem macht das halt auch unglaublich viel Spaß. Ich hatte so eins als Kind auch. Und ich erinnere mich bis heute noch daran. Und du weißt auch noch ganz genau, von wem du es hattest. Ganz genau. Ich weiß es noch ganz genau. Weil das ist natürlich ein Megaspaß. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Geschenkidee. Vor allem auch. Ja, damit ist der Spaß natürlich garantiert. Ja, es ist ganz einfach hier. Da wird ein Gaspedal gedrückt und dann fährt es so nach vorne. Sie sehen das hier. Ich weiß mal ganz ein bisschen nur. Aber Kinder können damit wirklich durch die Wohnung fahren. Mit drei Stundenkilometer kann nicht allzu viel passieren. Und das ist einfach ein Riesenspaß und vor allem ein Statussymbol. Boah, ich habe jetzt mein eigenes Motorrad und kann damit selber fahren und lenken, Licht machen, Geräusche machen. Es ist der Hammer hier. Das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Geschenk. Damit werden Sie auf ewig der Lieblingsonkel, der Lieblings-Opa, die Lieblings-Oma sein. Mit so einem Geschenk bleibt man im Gedächtnis. Auf jeden Fall. Vor allem die Farbe ist natürlich auch super schön, gerade in Rot. Das ist natürlich auch immer sehr modern und sehr sportlich. Und was ich natürlich auch sehr cool daran finde, ist gerade noch mit der Hupe und mit den ganzen Sounds. Da macht das Ganze natürlich noch mehr Spaß, weil es sich so echt anfühlt, wenn man da drauf ist. Ja, ich bin absolut schockverliebt in dieses Motorrad hier. Sie können das heute für unter 100 Euro bekommen. Ganz genau. Und das bekommen Sie heute zu unserem TV-Sonderpreis von nur knapp 83 Euro. Das ist natürlich auch eine super Geschenkidee für Weihnachten. So ein Kinderelektromotorrad. Die Artikelnummer hierfür ist die NX 9730 und die 569. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und das war unser Platz Nummer 5. Und ich denke, wir machen jetzt direkt weiter mit Platz Nummer 4. Ja, und los geht's. Ja, es geht um unseren Spezial-Edition-Sat-Receiver. Sie wissen es vielleicht, viele, viele Sender schalten ihr SD-Signal auf Satellit ab. Wir auch zum 1. Januar 2024. Wenn Sie einen alten Sat-Receiver haben, sollten Sie den jetzt updaten, damit Sie uns eben das HD-Signal, was es natürlich auch umsonst im Satelliten gibt, empfangen können. Das geht mit den alten Geräten nicht. Das ist die Special Edition. Special Edition deshalb, weil wir haben hier einen grünen Knopf, auf dem steht Pearl TV. Das heißt, Sie müssen nicht mehr, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wo wir im Moment liegen, eine dreistellige Programmnummer eingeben, um zu uns zu kommen. Sie drücken einfach den Knopf und schon sehen Sie unser Programm hier. Das ist die Special Edition. Aber der Receiver selber ist technisch vom Allerfeinsten. Sie können jetzt eben sämtliche HD-Kanäle, unverschlüsselten HD-Kanäle bei sich empfangen und das ganz einfach auf, ich würde sagen, jedem Fernseher. Weil wir haben hier natürlich den HDMI-Ausgang für die modernen Fernseher, aber auch, sehen Sie das, erkennen Sie das, das ist ein Skat-Anschluss. Wenn Sie einen alten Röhrenfernseher haben, die haben keinen HDMI-Eingang, die haben diesen Anschluss ganz genau. Und diese Röhrenfernseher machen immer noch ein fantastisches Bild. Ich bin jedes Mal baff, wenn ich so einen sehe. Da können Sie jetzt sogar auf Ihrem alten Röhrenfernseher weiter die HD-Kanäle, uns zum Beispiel, hier mit dieser Special Edition ansehen. Wir haben außerdem, das finde ich auch sehr beeindruckend, hier vorne einen kleinen USB-Anschluss dran. Das bedeutet, wenn Sie da einen USB-Stick oder eine Festplatte oder irgendwas da anschließen, ein Speichermedium, dann können Sie sogar Ihr Programm pausieren, Sie können Aufnahmen machen, all diese Sachen. Das Besondere hier ist halt, es ist ein modernster SAT-Receiver mit der Pearl-Taste, der auch für alte Fernseher geht. Holen Sie sich den, der kostet nicht mal 30 Euro bei uns. Ja, und nicht nur Pearl schaltet die SD-Sender ab. Viele Öffentlich-Rechtlichen haben das auch angekündigt. Also wenn Sie in Zukunft Ihre Lieblingsprodukte nicht vermissen wollen und noch einen alten SAT-Receiver haben, rüsten Sie auf. Der Preis überschaubar, 29,99 Euro. Und man sieht an der Platzierung, dass die Nachfrage riesengroß ist. Das war nämlich unser Platz Nummer 4. Die Bestellnummer für unseren SAT-Receiver, inklusive Media-Player, inklusive Videorekorder-Funktion, inklusive der Pearl-Director-Wahl-Taste ist die ZX 2825 und die 569 und nicht größer als eine Hand, also auch kein großer Staubbringer. 29,99 Euro, da können wir wirklich auch von einem sehr, sehr günstigen Preis sprechen. So, und Sie sind, falls Sie gerade erst zugeschaltet haben, genau richtig bei uns. Denn hier haben wir die Top 10 der Bestseller der letzten Wochen und Monate. Und jetzt sind wir schon auf dem Treppchen. Hier kommt Ihr Platz Nummer 3. Ja, nicht physisch hier oben auf der Bühne, aber im Geiste bei uns. Es ist unsere derzeit modernste und beliebteste Solaranlage für jedermann. So darf man eine Balkonsolaranlage ruhig nennen, oder? Ja, Balkonsolaranlagen sind der letzte Schrei. Und das ist die beste, ich glaube wirklich, das ist die beste Balkonsolaranlage, die wir haben. Was ist eine Balkonsolaranlage? Das ist ein, ja, Solarpanel, in diesem Fall zwei Solarpanel sogar, die Ihnen bis zu, ja, 600 Watt Strom in Ihren eigenen Stromkreis einspeisen können. Und zwar ganz einfach werden die angebracht, zusammengesteckt. Am Ende der ganzen Geräte ist ein fünf Meter langes Kabel, an dessen Ende dann ein Schuko-Stecker. Das ist der ganz normale Haushaltsstecker, den Sie bei sich am Bügeleisen, in jeder Lampe, am Fernseher haben. Den stecken Sie ganz, ganz einfach in eine Steckdose rein. So, und in dem Moment, wenn die Sonne, wenn Tageslicht auf dieses Solarpanel trifft, können Sie mit dieser Anlage bis zu 600 Watt direkt in Ihren Stromkreis einspeisen. Und alle Geräte, die bei Ihnen im Moment laufen, nehmen diesen Strom zuerst, bevor der teure Strom Ihres Energieversorgers genommen wird. Sie haben jetzt meinetwegen einen Kühlschrank, der braucht so ungefähr 200 Watt. Der wird dann eben während des Tageslichts mit Solarstrom gespeist. Und überlegen Sie mal, das rentiert sich innerhalb kürzester Zeit. Strompreise, Stromrechnung, Sie wissen, was Sie im Jahr an Strom bezahlen müssen. Man sagt, in einem normalen 3-4-Personen-Haushalt spart so eine 600 Watt-Solaranlage Ihnen 20 Prozent der Stromkosten. Jetzt haben wir hier natürlich die Begrenzung auf 600 Watt, weil das ist im Moment das Gesetz in Deutschland, dass, wenn ich ein vereinfachtes Anmeldeverfahren haben will, also keine Genehmigung, sondern nur eine Nachricht an meinen Energieversorger und die Netzagentur, hey, ich habe eine Balkon-Solaranlage, das ist nur eine Nachricht, das ist nicht so, ich muss irgendwas beantragen und kriege dann zurück und dies und das. Das ist ein vereinfachtes Anmeldeverfahren. Das ist begrenzt auf 600 Watt in Deutschland und auch, dass wir einen Schuko-Stecker benutzen dürfen und nicht irgendein kompliziertes Stecker, den man dann noch extra einbauen muss. Ab dem 1. Januar 2024 ist ein Gesetz im Moment im Gespräch, hier haben wir das mal gerade, dass die Bagatellgrenze fällt. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr bei 600 Watt, sondern dürfen sogar 800 Watt, also genau mit diesem einfachen Anmeldeverfahren und dem Schuko-Stecker bei uns zu Hause einbauen. Ja, jetzt haben Sie eine 600 Watt-Solaranlage, was machen Sie dann? Ganz, ganz einfach. Sie ist verbunden mit dem Internet, Sie kriegen eine fantastische App dazu, mit der Sie auch immer sehen können, wie viel Strom Sie jetzt selber erzeugt haben. Da drücken Sie einfach einen Knopf auf der App und dann wird die wie von Magie auf 800 Watt hochgestellt. Es ist so einfach, Solarenergie zu benutzen. Das haben viele, viele Leute erkannt. Wir haben Statistiken, wo wir gesehen haben, dass die Verkaufszahlen dieser Balkon-Solaranlage, weil das wirklich jeder selber machen kann, im letzten Jahr sich versiebenfacht haben. Ingo, ganz kurz eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und die möchte ich dir jetzt mal weitergeben. Warum sollte ich jetzt im Herbst, wenn es im Winter vor der Tür steht, eine Solaranlage kaufen? Warum sollte ich nicht warten bis im März? Ja, weil einerseits natürlich, wir haben hier im Winter keine 12 Sonnenstunden, keine 14 Sonnenstunden wie im Sommer. Aber wir haben auch Tageslicht und Sonnenstunden. Sonnenstunden brauchen wir gar nicht, wir brauchen nur Tageslicht. Und jedes einzelne Watt, was Sie einfangen, wird von Ihrer Stromrechnung abgezogen. Kann man ja wirklich so sagen, weil das zuerst benutzt wird, das ist Solarstrom. Der Wirkungsgrad in der Kälte ist bei Solaranlagen höher in der Kälte, als wenn es Eis ist. Es ist ein erstaunliches physikalisches Prinzip, aber das ist so. Gibt es unter Umständen auch noch Fördergelder? Ja, ich bin immer noch nicht am Ende. Wir haben im Moment das Jahressteuergesetz 2022, dass Sie seit dem 1. Januar 2023 diese Anlagen mit 0% Mehrwertsteuer bestellen dürfen und anbauen dürfen, wenn Sie das bei sich zu Hause machen. Und klar, das macht jeder. Aber, und hier haben wir einen Artikel dazu, Sie können auf regionaler oder Landesebene noch weitere Gelder bekommen. Seit dem Frühjahr wird das nochmal von vielen Kommunen, von vielen Ländern extra gefördert. Sie sehen das hier, bis zu 500 Euro. So, jetzt habe ich diese Anlage für 569,99 Euro. Die kommen natürlich versandkostenfrei zu Ihnen. Wenn Sie da nochmal 500 Euro zurückbekommen, dann kostet die nämlich 70 Euro. Aber die Fördertöpfe sind begrenzt. Die sind Töpfe. Und wenn die leer sind, dann sind die leer. Also wenn ich bis Februar warte, verschenke ich Geld. Du verschenkst einfach Geld. Es gibt keinen besseren Moment. Jetzt ran, oder? Ran an den Speck, hat man früher gesagt. Und das zu diesem TV-Sonderpreis. Ja, der liegt hier bei 569,99 Euro. Dieses Balkonkraftwerk kommt auch versandkostenfrei zu Ihnen. Das ist auch nochmal wirklich fantastisch. Und natürlich zu bestellen mit der MB 11 96 und der 569. Und deshalb auch auf Platz Nummer 3 hier in unserer Top-10-Show, der Bestseller, weil es einfach bei Ihnen super beliebt ist. Man möchte einfach vielleicht seinen eigenen Strom produzieren, weil einfach alles teurer wird. Und damit haben Sie wirklich eine richtig, richtig gute Anlage. Tun Sie einfach mal was für Ihren eigenen Geldbeutel. Also kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Ja, aber wir schauen uns natürlich hier auch schon gleich direkt den nächsten Platz an. Hier ist Ihr Platz Nummer 2. Ja, und Platz Nummer 2 steht hier schon auf dem Tisch hier in der Mitte der Bühne. Das ist nämlich auch wirklich richtig clever, denn hier haben wir wieder einen Stromspeicher und auch noch einen Solarpanel. Also damit können Sie jetzt hier auch einfach Ihren eigenen Strom produzieren. Ich finde diese Kombination fantastisch. Sie auch deshalb hier auf Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2. Sie sehen hier nur den Stromspeicher. Und das ist unsere Sonderaktion, weswegen dieses Produkt, was wir Ihnen jetzt anbieten, auf Platz Nummer 2 geschossen ist. Man kann es sich wirklich nicht anders sagen. Wir haben die Verkaufszahlen gesehen. Unglaublich. Das ist ein Stromspeicher, aus dem können Sie Strom rausnehmen und zwar richtig satt Strom. Bis zu 2200 Watt. Wenn Ihnen das nicht viel sagt, eine Mikrowelle braucht 2000 Watt. Die ganz, ganz großen Stromverbraucher bei sich zu Hause können Sie hier anschließen. Völlig unabhängig, weil das ist ein Stromspeicher. Wenn der geladen ist, steht Ihnen der Strom zur Verfügung. Wir haben hier den Preis, den Sie hier sehen. Der ist schon ziemlich cool für den Stromspeicher. Bei uns bekommen Sie aber den Stromspeicher und ein 240 Watt mobiles Solarpanel dazu. Das ist das Solarpanel. Das ist der Stromspeicher. Sie sehen schon, es ist beides mobil. Ich kann das hin und her tragen. Wir haben zwei verschiedene Bestellnummer. Das erkläre ich Ihnen gleich. Aber ich will Ihnen mal zeigen, wie einfach meine Solaranlage in Betrieb genommen werden kann. Ich muss das hier wirklich nur aufhalten. Sie sehen, hier sind auch so Füße drin. Das ist, wenn ich es dann hinstelle und aufgeklappt habe, automatisch im richtigen Winkel zur Sonne steht. Ganz, ganz einfach. Und schon habe ich mein Solarpanel aufgebaut. Das verbinde ich jetzt ganz einfach mit meinem Stromspeicher. Und jetzt habe ich ein komplettes Solarkraftwerk installiert. Wie lange hat das gedauert? Eine halbe Minute. Aber ich habe es tatsächlich auch noch dabei erklärt. Das ist das, was Sie hier bekommen. Bei Pearl.de oder bei uns im Katalog bekommen Sie zu diesem Preis nur den Stromspeicher. Hier bei uns bei Pearl TV bekommen Sie beides zusammen für den exakt gleichen Preis. Hier sehen wir mal das Einzelprodukt. 1.647 Euro und 5 Cent. Und auch bei Pearl TV, hier bei uns, 1.647 Euro und 5 Cent. Mit dem Unterschied, Sie bekommen exklusiv als Pearl TV Zuschauer jetzt das Solarpanel und alle Anschlusskabel geschenkt. Ist eine begrenzte Aktion, aber kein Wunder. Die Nachtrage ist jetzt im Moment riesengroß. Platz 2. Also müssen wir sagen, wird bald nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wir wissen nicht, wie der neue Preis sein wird. Aber du schaffst dir hier ja Stromsicherheit und kannst, clever eingesetzt, auch Geld sparen. Ja, wir kommen dazu. Was kann ich damit machen? Ich kann jetzt hier Solarstrom einfangen und benutzen. Ganz, ganz grob. Und das kann ich selber machen. Es wird wirklich nur zusammengesteckt. Sie haben es gerade gesehen. Ich kann damit Geld sparen. Das ist das, was du gesagt hast. Ich kann jetzt große Energieverbraucher, muss ich nicht mehr in die Wand stecken und dafür Geld bezahlen. Ich kann die jetzt mit Solarstrom betreiben. Alles, was ich hier anschließe, wird mit Solarstrom betrieben. Weiterer Vorteil. Schauen Sie mal hier. Wir haben das hier mal an der Garage aufgebaut. In einer Garage habe ich vielleicht keine Steckdose. Jetzt kann ich hier eine unabhängige Stromquelle hinbauen, die mir dann eben diese 220 Volt gibt. Die gibt mir USB-Strom noch dazu, 12 Volt. Ich wüsste nicht, was man hier jetzt nicht anschließen könnte. Wie gesagt, wir haben hier eine richtig große Leistung mit drin. Stellen Sie Ihre Waschmaschine in die Garage. Auch wenn Sie keine Steckdose haben, bauen das dazu. Was glauben Sie, wie Sie damit Geld sparen können? Jeder Waschgang bei mir zu Hause kostet 40 bis 60 Cent. Tracy, wie oft wäschst du bei dir zu Hause? Sehr oft, ehrlich gesagt. Fast täglich sogar. Fast täglich. Stell sich das mal vor. Fast täglich. Nur Stromkosten, 40 bis 60 Cent, die können Sie jetzt mit Solarstrom machen. Als Drittes, und das ist bitte nicht zu unterschätzen, Sie haben hier auch noch Stromsicherheit. Das heißt, wenn mal Stromausfall sein sollte, und wir haben das alles schon erlebt, dass wir Stromausfall hatten, wir hatten es hier im Studio auch, dann habe ich hier eine Energiequelle, auf die ich mich verlassen kann. Die ist ja nicht mit meinem Netzbetreiber oder einer Steckdose verbunden. Sie versorgen sich selber mit Strom. Es wird während des Tages, oder ja, während des Tages wird dieser Speicher immer wieder neu geladen und der Strom steht mir dann 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Eine Sache müssen wir noch erwähnen, Ralf, wir haben zwei verschiedene Bestellnummern hier, einmal mit 19 Prozent, einmal mit 0 Prozent. 19 Prozent ist ganz grob, wenn Sie es mobil benutzen, Sie haben es gesehen, das kann man wirklich tragen, Campingbereich, Schrebergarten, egal wo. Das sind ganz tolle Anwendungsgebiete. Wenn Sie das zu Hause bei sich einbauen, wie wir es da eben gesehen haben, bei der Garage zum Beispiel, dann können Sie das tatsächlich mit 0 Prozent Mehrwertsteuer bestellen. Das ist auch nochmal ein riesen Preisvorteil. Ganz genau, und wir blenden Ihnen jetzt beide Artikelnummern nochmal mit ein. Einmal die 19 Prozent Mehrwertsteuervariante, da ist ja die Artikelnummer, die ZX3216 und die 569. Oder eben auch die 0 Prozent Mehrwertsteuervariante mit der Artikelnummer MW1003 und die 569. Und Sie sehen hier unser TV-Sonderpreis, da liegen wir heute bei 1647 Euro. Und das Tolle daran ist, dass Sie das Solarpanel quasi noch gratis mit dazu bekommen. Das heißt, das lohnt sich heute so richtig. Und damit ist man natürlich auch stromunabhängig. Das ist ein Riesenvorteil und damit kann man Geld sparen. Und das war unsere Top 2 und wir machen weiter mit unserer Top 1. Top Nummer 1 ist unsere Mega-Motivation. Und zwar haben wir heute eine Fitness-Smartwatch für Sie für nur 15 Euro. Wir haben eine, du hast es gesagt, es ist eine Fitness-Smartwatch für 15 Euro. So was gibt es sonst nirgends. Sie kennen diese Fitness-Smartwatches, das sind natürlich auch Statussymbol, die kosten gerne mal 100 und mehr Euro. Ich glaube, von dem Hersteller mit dem abgebissenen Obst sind wir hier tatsächlich auch schon mal bei 1000 Euro. Hier ist es wirklich so, wir haben eine Fitness-Smartwatch auf 15 Euro reduziert für Sie. Es war unser Titelprodukt vor ein paar Katalogen. Ralf hat den Katalog gerade vor sich. Es ist ein unglaublich beliebtes Produkt natürlich. Es zeigt Ihnen alle möglichen Vitalwerte an. Sie können hier Ihre Sporte tracken, Sie können sehen, wie viele Kalorien Sie verbraucht haben, Ihre Herzfrequenz, Ihre Temperatur, Ihren Schlaf können Sie überwachen, Ihren Blutdruck, Ihren Blutsauerstoff, die Kalorien zählen, die Schritte zählen. Es hat eine Stoppuhr, Timer und Wecker. Es ist wirklich an alles. Igor, lass uns bitte noch mal über den Preis sprechen, weil ich das immer noch nicht fassen kann. Ich habe es erst mal sacken lassen. Ich habe die Katalogen in der Hand, 27,99 Euro, das war der Preis und da habe ich schon gesagt, das ist mit Abstand der Preis-Leistungssieger, eine so moderne Fitness-Uhr. Für 27,99 Euro hatte ich vorher noch nie gesehen. Und genau diese Fitness-Uhr-Smartwatch haben wir jetzt für 15 Euro. Wir müssen gleich sagen, nicht eindecken, sonst kaufen hier Händler den ganzen Bestand aus. Maximal ein Stück pro Besteller, aber jeder, der schon mal überlegt hat, Fitness-Uhr, ja, nein, jetzt eindeutig ja, weil was günstigeres habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und vor allem mit den ganzen von dir genannten Optionen, du hast ja noch lange nicht alles aufgesehen. Ich habe immer noch nicht alles gesagt. Also es ist ein, es ist unglaublich, es nennt sich Variable Technology, Technik, die wir jetzt am Handgelenk tragen. Sie haben natürlich verschiedene Ziffernblätter, die Uhr ist wasserdicht. Die können Sie den ganzen Tag anhaben. Natürlich super flach hier, aber ein tolles Display. Das ist auch immer wichtig bei diesen Uhren, dass Sie die gut lesen können. Ich sage Ihnen das nur, dass Sie sehen, das ist hier kein Ramsch. Das ist eine richtig gute Uhr, die bis jetzt bei uns 27,99 Euro gekostet hat und für Sie jetzt auf 15 Euro reduziert wurde. Wir müssen Sie ein bisschen bremsen. Du hast es gesagt, dass keine Händler da mit reinsteigen. Wir haben die auf 15 Euro für Sie reduziert. Das ist der absolute Wahnsinn. Diese Vitalwerte sind natürlich toll zu überwachen. Es ist aber auch toll zur Motivation. Es gibt einen Grund, warum diese Fitness-Smartwatches so populär sind. Warum jeder die haben will. Warum jeder da gerne 100 und mehr Euro für ausgibt. 15 Euro. 15 Euro ist das, was Sie heute bezahlen müssen. Ich habe schon mal ein anderes Display als du da, Tracy. Das ist richtig gute Qualität, die Sie hier bekommen. Vor allem, ich bin so begeistert von dem Display und natürlich heute von dem Preis. Ich kenne Fitness-Tracker, wenn du die ein bisschen in Sicht hältst, siehst du gar nichts mehr. Hier selbst bei Sonneneinstrahlung deutlich zu erkennen. Da sehen Sie das andere Ziffernblatt. Das können Sie auch wählen, was Ihnen gefällt. Das wäre jetzt meins. Aber das ist einfach Geschmackssache. Aber ich muss noch mal sagen, ein solches Preis-Leistungs-Verhältnis ist für mich immer noch unmöglich. Wir machen es aber möglich. Sie denken bitte daran, maximal ein Stück pro Besteller. Und wenn Sie sagen, mein Partner will auch eins, dann rufen Sie zweimal an. Einmal Sie, einmal Ihre Frau. Ja, so machen Sie es auf zwei Namen. Dann haben Sie auch zwei in der Familie. Anders können wir es nicht zulassen bei diesem Preis. Die Bestellnummer für unseren unangefochtenen Platz Nummer 1 ist die ZX 5387 und die 569, der Preis. Ich muss Sie noch mal auf die Zunge zergehen lassen. 15 Euro. Sie haben vielleicht ähnliche Fitness-Uhren für 150 Euro gesehen. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben die Zeiten geändert. Und das war unsere Top 10 der Bestseller. Sie haben jetzt gesehen, was die anderen im Moment am meisten bestellen. Und ich denke, da war auch das ein oder andere für Sie oder als Geschenkidee dabei. Und deshalb gehen Sie jetzt ran ans Telefon. Und dann viel Spaß damit.